Der Dienstag startet überwiegend freundlich. Bis in den Nachmittag ist mit Sonnenschein bei einzelnen Wolken zu rechnen. Abends setzt sich die Sonne dann durch und strahlt vom wolkenlosen Himmel. Temperaturen von 11 bis 25 Grad erwarten uns. Am Mittwochmorgen zieht Nebel in die Region. Später klart es dann auf, Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel ab. Das Ganze bei sommerlichen Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es vorerst freundlich. Gegen Nachmittag kann es dann aber zu leichten Regenschauern kommen. Ähnlich sieht's auch am Freitag aus. Es bleibt regnerisch bei Temperaturen von 17 bis 27 Grad.